17. September 2001, Erzengel Michael Nicht Gott hat eure Frömmigkeit, eure Ehrfurcht vor ihm nötig, sondern ihr. Denn durch sie wird die Seele des Menschen bereichert. 18. Gottes Heiligkeit, seine Vollkommenheit und seine Glückseligkeit werden durch die religiösen Handlungen des Menschen nicht beeinflusst. 19. Es gereicht jedoch dem Menschen zum Heil, wenn er Gott ehrt, liebt und anbetet. 20. Denn Gott lässt den Menschen nach dem Maße seiner Hinwendung zu ihm die Glückseligkeit des ewigen Lebens erlangen. 20. Jegliche Zuwendung Gottes, alle Erscheinungen, Offenbarungen und Wunder der heiligen Jungfrau Maria geschehen nur um eure Twillen. 20. Gelobce, Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen.